Liebe Landsleute, ist die Ukraine das 17. Bundesland von Deutschland? Nein, aber die Bundesregierung verhält sich genau so. Mehr Geld für die Ukraine und noch höhere Energiepreise für deutsche Bürger. Das ist bei der Bastelei am Nachtragshaushalt herausgekommen. Ein Minister hat sich am Ende der Plenarwoche nicht einmal mehr auf die Regierungsbank getraut. Was für ein trauriges Bild gibt diese Ampelkoalition zum Jahresende ab. 7 Milliarden Euro muss der deutsche Steuerzahler nächstes Jahr berappen für weitere Waffen im Ukraine-Krieg. Die Waffen sollen aus dem Bundeswehr-Sonderhaushalt finanziert werden. Das heißt, noch mehr Steuergeld für den Ukraine-Krieg. Und die Bundesregierung kündigt die nächste Notlage für den Bundeshaushalt schon an und argumentiert mit einer möglichen Lageveränderung in der Ukraine. Was hat das bitte mit Deutschland zu tun? Die Ukraine kann den Krieg nicht gewinnen. Das Durchschnittsalter der Soldaten ist zehn Jahre höher als zu Beginn des Kriegs. Eine Generation junger Männer verloren, weil die Ukraine mit dem leeren Versprechen einer NATO-Mitgliedschaft in die Konfrontation mit Russland gelockt wurde. Jetzt stellt man die Ukraine einen EU-Beitritt in Aussicht, um den Krieg am Laufen zu halten. Das ist falsch. Wir brauchen Verhandlungen für dauerhaften Frieden. Wollen wir zurück in die Höhlen? Wenn nicht, ist der Ausstieg aus fossiler Energie unmöglich. Das hat Sultan al-Jabba, der Chef der Klimakonferenz in Dubai, glasklar herausgestellt. Der Mann hat Recht. Die Bundestagsfraktion der Alternative für Deutschland macht keine Politik für Höhlenmenschen. Wir machen Politik für freie Bürger, die in Wohlstand leben wollen. Deshalb sagen wir Nein zum Ausstieg aus fossiler Energie. Beim UN-Klimagipfel in Dubai haben die Staaten einstimmig ausgesprochen. Ein Ausstieg aus fossiler Energie ist nicht gewollt. Sultan al-Jabba wollte nur eine Verringerung der Förderung und Nutzung fossiler Brennstoffe. Aber die EU wollte unbedingt den Übergang zu Netto-Null in der Abschlusserklärung stehen haben. Eine Niederlage für die Vernunft, aber auch der Anfang vom Ende der grünen Agenda. Die BRICS-Staaten sagen Nein zur Deindustrialisierung. Und das ist auch richtig so. Wir brauchen einen breiten Energiemix. Unsere Industrienation ist auf Öl und Gas ebenso angewiesen wie der globale Süden. Wir, weil wir unseren Entwicklungsstand behaupten müssen. Der globale Süden, weil er mit seiner Entwicklung aufholen muss. Wir müssen unsere Energiepolitik daran orientieren, in welcher Menge fossile Energieträger tatsächlich verfügbar sind. Nicht an grüner Utopie. Für eine interessengeleitete Energiepolitik steht unsere Fraktion. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und einen frohen dritten Advent. Ihr Tino Chrupalla